Hallo zum Tageshoroskop vom 28.10.2024. Wir haben den Montag, wir haben die neue Woche und die letzten Tage vom Oktober, vom goldenen. Ja, und da wollen wir natürlich wieder schauen, was sich so im Kosmos zeigt zum Wochenstart. Dafür nehme ich wieder das Mitternachtshoroskop auf Berlin berechnet, gültig für Deutschland, Österreich und weitestgehend auch für die Schweiz. Konstellationen gelten natürlich weltweit. Hier hat man jetzt ja gerade die Zeitumstellung, deswegen hat sich hier der Aszendent und der MC, also die Achsen, etwas verschoben. Also nicht wundern deshalb, das hat schon seine Richtigkeit. Ja, und der Aszendent bleibt aber hier für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Zeichen Löwe. Dementsprechend geht es hier immer noch um die Souveränität, die eigene. Darum geht es natürlich eigentlich immer im Leben, aber die ist jetzt besonders betont. Und mit der Sonne als Herrscher vom Löwen im Skorpion geht es auch gerade um Transformationsprozesse im Leben, um Krisen möglicherweise, um die Vergangenheit vielleicht auch. Skorpion ist ja ein Zeichen, wo man immer sehr tief gräbt und man hängt auch viel an der Vergangenheit. Die Ahnen haben da auch eine Bedeutung natürlich besonders, Sterbeprozesse, Geburtsprozesse, also etwas muss sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Und mit der Sonne geht es natürlich auch um Führungsthematiken in der Heimat. Es geht um die Thematik von Lebensfreude, die allerdings natürlich im Skorpion auch ein bisschen düsterer sein kann. Also wir haben ja dann auch immer klassisch in der Skorpion-Zeit das Halloween-Fest und überhaupt so etwas dunklere Energien. Das ist ja auch das Zeichen der Unterwelt, dementsprechend wird das hier dann stark beleuchtet. Oder es ist halt auch so, dass Tabuthemen ans Licht kommen. Und da sind wir schon wieder bei diesem P. Didi-Prozess als spektakuläres Beispiel gerade. Und das fand ich ja auch sehr interessant, dass im Kontext dieses Skandals, bei dem ja auch das nähere Umfeld von P. Didi sicherlich auch nicht ganz frei von Schuld ist. Und da gehören ja auch Jay-Z und Beyoncé dazu und dann fand ich es schon sehr spektakulär, dass die Beyoncé bei dem Wahlkampfauftritt von der Kamala Harris dort als Unterstützer dargestellt wurde. Also ich hätte mir jemanden, der gerade in schwierigen Schlagzeilen ist, nicht zur Unterstützung da genommen. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert, genauso auch wie Leonardo DiCaprio, der ja da auch mit drin zu stecken scheint. Also das ist schon sehr fragwürdig, aber auf jeden Fall, das bleibt natürlich auch ein Thema. Also das geht ja auch so um Machtprozesse, Führung und Machtprozesse, Manipulation. Das ist natürlich weiterhin ein großes Thema. Ja und dann haben wir den Mond heute im Zeichen Jungfrau den ganzen Tag. Das heißt Sonne im Wasserzeichen und Mond im Erdzeichen. Das bringt dann von den beiden Lichtern mehr so eine verhaltenere Energie. So eine, ja beziehungsweise die Sonne bringt halt so ein Verhalten, was manchmal auch ein bisschen giftiger sein kann. Und der Mond bringt eine kritische Wahrnehmung. Und diese Kombination zusammen ist natürlich schon oder kann schon ein bisschen anstrengender sein. Aber man kann halt auch sehr, sehr gut jetzt die Dinge erforschen oder Detektivarbeit leisten. Ja mit dem Skorpion geht man den Dingen auf den Grund und mit dem Mond in der Jungfrau analysiert man alles bis ins letzte Detail. Ja und der Mond hat hier mitternachts eine Spannung zu Saturn und zur Venus. Also aktiviert diese Venus-Saturn-Spannung, die heute exakt ist. Und diese Venus-Saturn-Spannung bringt Prüfung in der Liebe. Die bringt Herausforderungen bei Altersunterschied in der Liebe. Die bringt Werteprüfung, die bringt Finanzeinsparungen in den Mittelpunkt. Also Finanzeinsparungen, die das Volk betreffen. Mond ist ja auch das Volk. Des Weiteren, das ist auch ganz interessant, also ich habe ja hier auch mal die anderthalb Quadrate eingezeichnet. Und man sieht dann hier ein rotes Dreieck, das sieht man gar nicht mal so oft hier. Und zwar dieses rote Dreieck bringt dann hier eine starke Dynamik. Nicht nur der Mond aktiviert hier Venus und Saturn, sondern auch Mars. Und diese Verbindung von Mars, Saturn und Venus, die bringt nämlich auch gerade die Finanzeinschränkungen im Krieg. Also man hält sich zurück mit der Finanzierung. Das ist natürlich vielleicht nicht das Schlechteste. Wenn keiner mehr den Krieg finanziert, dann kann es auch keinen Krieg mehr geben. Das ist ja eine logische Konsequenz. Und auf der anderen Seite ist das natürlich Mars auch das Symbol für Sport. Und jetzt gab es gerade am Wochenende auf Hawaii den Ironman, also die Weltmeisterschaft im Ironman. Dort hat der deutsche Patrick Lange gewonnen, zum dritten Mal. Also da gab es ja schon mal einen Deutschen, Jan Fröbe heißt er, glaube ich. Ich habe den Namen jetzt nicht genau. Frode, Frode, glaube ich. Ja, genau. Auf jeden Fall, die Deutschen haben ja oft so, also als Kernkompetenz, so eine der Kompetenzen oder der typischen Eigenschaften, ist ja so eine Ausdauer, so eine Konsistenz. Also zumindest war das früher mal so. In der Wirtschaft ist ja momentan ein großes Fragezeichen dahinter. Auf jeden Fall ist das aber hier die Konstellation für Ausdauersport. Mars ist der Sport, Saturn ist die Langstrecke. Im Zeichen Fische, wo man, also Saturn in den Fischen, also eine Ausdauer in Bezug auf das Meer. Also man hat, man schwimmt da ja eine große Distanz. Mars, beziehungsweise auch generell, Fische ist ja auch das Zeichen für Grenzüberschreitung. Also Ausdauer, Grenzüberschreitung im Zusammenhang mit dem Sport. Und man begegnet sich hier im Ausland mit Venus. Oder man hat einen Erfolg im Ausland, der hier sich in dieser Form zeigt. Ja, eine andere Variante, die ja dazu auch passt. Mars, wie gesagt, Kriegsgott. Jetzt hatte ich gelesen im Kontext von dem Ukraine-Krieg, dass dort große Waldflächen vernichtet werden durch den Krieg. Und dass das jetzt gerade gemeldet wird, passt natürlich zu den Energien. Saturn ist der, in den Fischen ist die Einschränkung im Wald durch den Krieg. Und Venus ist dann hier die Materie oder die Sicherheit im Wald wird eingeschränkt. Also große materielle Vernichtung des Baumbestandes, könnte man auch sagen. Ja, dann haben wir den Mars ja auch noch, ist ja auch zu erkennen, in der zunehmenden Spannung zu Pluto. Und übrigens auch noch, das habe ich eben jetzt gar nicht erwähnt, ich bin da nur auf den Saturn eingegangen, aber der Mars hat ja auch das genaue Trigon zu Neptun. Ja, also das ist natürlich auch der Waldbrand, der brennende Wald. Oder auch dieser sportliche Grenzüberschreitung. Und bei sportlichen Grenzüberschreitungen, wir haben ja auch noch immer noch diese leichte Verbindung von Mars zu Uranus, die auch ungewöhnliche, also Veränderungen in der Substanz beschreiben, aber auch ungewöhnliche sportliche Ergebnisse. Und jetzt gab es am Wochenende in Spanien das Klassiko im Fußball, Barcelona gegen Real Madrid, was ja immer im europäischen Fußball so das High-End-Finale ist so quasi, also das Höchste der Dinge hier. Und dort hat ja der deutsche Trainer Hansi Flick einen 4-0-Erfolg eingefahren, also einen ungewöhnlich hohen Sieg im Spiel. Und auch davor hatte der schon einen hohen Sieg eingefahren. Oder es gab ungewöhnliche Sportergebnisse oder ungewöhnliche Sportereignisse. Mars-Uranus ist ein Ungewöhnliches im Kontext mit Sport. Und auch das zeigt sich dann hier. Und Mars in der Spannung zu Pluto. Also Mars ist hier wirklich ein Hauptakteur aktuell zurzeit. Diese Spannung von Mars zu Pluto, die zunehmend ist, die bringt natürlich auch sehr viel Druck in den Kessel. Die bringt Extremsport natürlich auch, aber auch extreme Gewalt möglicherweise. Auch häusliche Gewalt, weil Mars befindet sich ja noch im Zeichen Krebs hier. Und des Weiteren ist diese Mars-Pluto-Spannung auch verantwortlich für Führung und Manipulation. Und jetzt gab es ja gerade in Georgien Wahlen. Und da hat dann die Opposition das Wahlergebnis nicht anerkannt. Und beide Parteien beanspruchen den Sieg für sich. Und das ist im Prinzip das, was jetzt auch in ein paar Tagen dann in Amerika zu erwarten ist. Weil genau diese Konstellation steht ja für Machtkämpfe um die Führung. Und aber auch für Manipulation im Kontext mit der Führung. Und Pluto steht natürlich auch so für die geheimen Themen. Also da mischen natürlich auch die Geheimdienste mit. Ja, so dass ich habe den Varuna jetzt ja nicht mehr hier drin, aber Pluto steht natürlich auch für so geheime Organisation. Ja, also das dazu. Dann, achso, wollte ich auch nochmal erwähnen. Genau, das ist ja auch noch interessant. Also wir hatten ja die Zeitumstellung gerade. Merkur hat ja auch noch die Verbindung. Merkur die Zeit hat noch die Verbindung zu Saturn. Auch das hier, die es etwas abnimmt, aber ist immer noch hier vorhanden. Merkur im Skorpion in Verbindung zu Saturn. Und Saturn ist ja rückläufig. Also die Zeit ist rückläufig. Und Merkur ist die Zeit, also ist es die, auch die, also beides ist die, Saturn ist die Zeit und Merkur ist quasi die Uhr. Ja, also zusammen ist das die Uhrzeit. Oder Termine, die hier zurückgenommen werden, kann das auch anzeigen, noch immer noch. Oder eine Prüfung, die man nicht besteht, die man wiederholen muss. Oder die, ja, Gesetze, die zurückgenommen werden. Oder die nicht richtig funktionieren. Ja, genau. Und dann will ich nochmal switchen, nochmal zu Mars mit Neptun oder mit Pluto in Verbindung. Pluto ja auch die Unterwelt. Mars natürlich auch Kriminalität. Und jetzt hatte ich die Nachricht gelesen, was auch wieder zu Mars mit Saturn und Venus passt. Das hatte ich am Anfang erwähnt, dieses rote Dreieck. Venus im Schützen ist die Begegnung im Ausland oder Werte im Ausland, Finanzen mit dem Ausland verknüpft. Das wird hier kontrolliert mit Saturn und Mars ist dann hier die Polizei. Und Pluto ist ein Schlag gegen die Unterwelt. Und jetzt hat die spanische Polizei Rekordmengen an Kokain beschlagnahmt. Wir haben ja auch die Mars-Neptun-Verbindung und Mars-Saturn in den Fischen. Also eine doppelte Betonung des Fischezeichens, weil einmal der Herrscher der Fische mit Mars verbunden ist und einmal der Saturn in den Fischen mit Mars verbunden ist. Und dann kann dann halt auch natürlich mal sowas gelingen. Also die spanische Polizei hat da eine Rekordmenge an Kokain beschlagnahmt. Im Hafen von Algeciras war das, glaube ich. 13 Tonnen, das ist eine Jahresmenge, die sonst gefunden wird auf einen Schlag. Also sehr extreme Rauschmittel, Rauschmittelerfolg hier. Ja und dann haben wir noch, genau, also weiterhin mit der Venus-Saturn-Spannung wollte ich auch nochmal kurz sagen. Also Beziehungen werden jetzt auch gerade geprüft oder blockiert vielleicht. Das könnte auch sein. Und natürlich auch die Thematik von Migration und Sicherheit ist hier betont. Also Aktivitäten in Spannung zur Masse oder unter Druck vielleicht der Gesellschaft, die im Kontext stehen von Finanzen oder von Sicherheit und im Kontext von Saturn hier in den Fischen Einschränkung von Migration. Das ist natürlich hier weiterhin auch ein Thema. Ja, der MC, also das Ergebnis des Tages, ist hier jetzt im Stier. Das heißt, es geht hier verstärkt um Sicherheit, um Werte. Und der Herrscher Venus im Ausland bringt dann, also im Schützen bringt dann natürlich hier betonte Verhandlungen mit dem Ausland. Oder ansonsten kann es natürlich auf der beruflichen Ebene auch sein, dass man hier eine Affäre erlebt. Oder dass es um Selbstständigkeit und Finanzierung geht, das wäre auch denkbar. Oder um das Ergebnis zur Zeit gerade Sinnlichkeit ist und Liebesglück. Auch das könnte natürlich sein. Liebesglück, was hier vielleicht noch in irgendeiner Form blockiert ist. Also das wäre zumindest hier denkbar. Ja, das zu den Energien zum Montag heute. Dann bedanke ich mich für Kommentare, für dein Interesse hier. Und freue mich natürlich über liken, teilen, abonnieren meines Kanals. Wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, rate ich zu einer Sternstunde oder einer Kurzberatung. Schreib mich da einfach über das Kontaktformular an. Ist eine sehr gute Investition. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Montag. Bis morgen, alles Gute. Tschüss.